Achtung! Betrüger am Werk! Schauspielerin Caroline Herford, 38, warnte ihre Fans nun vor einer fiesen Abzocke, die im Netz offenbar unter ihrem Namen begangen wird. Das Internet ist bekanntermaßen ein Tummelplatz für Betrüger und Schlitzohren aller Art. Dass diese vorgeben, im Namen bekannter Persönlichkeiten zu sprechen, dürfte eine seltene, aber umso dreistere Masche sein. Das jüngste Promi-Opfer, Caroline Herford, Achtung Fake, schreibt die Schauspielerin zu ihrem neuesten Post auf Instagram. Darin teilt Caroline Herford einen Screenshot, der das Vorgehen der Betrüger im Netz zeigt. Diese geben sich offenbar als Mitarbeiter des Kinostars aus und schreiben gezielt Nutzer in den sozialen Medien an. Ich bin Christel vom Führungsteam Caroline Herford. Wir wurden beauftragt, über diese App nach dem Zufallsprinzip einige ihrer aktiven und treuen Fans zu kontaktieren, um ein Autogramm zu geben und Trostpreise zu gewinnen, schreibt der Account. Ihr Einverständnis vorausgesetzt könnten die vermeintlichen Gewinner gleich zu der wunderschönen Regisseurin weiter verbunden werden. Caroline Herford stellt klar, ihr Lieben, das bin ich nicht. Rechtliche Schritte gegen die Abzocker würden eingeleitet. Ansonsten rät die Berlinerin ihren Fans, auf solche Nachrichten nicht zu reagieren und sie zu melden. Wie viele Filmfreunde bereits auf die Masche hereingefallen sind, lässt sich schwer beziffern. Doch dem Betrugs-Account, der unter dem Namen christel-cross54 agiert, folgen immerhin rund 1000 Menschen, wobei sich auch nicht ausmachen lässt, wie viele gekaufte Fake-Follower sich darunter befinden. Die Fans sind von den Spam-Nachrichten gehörig genervt. Und auch davon, dass Instagram die Drahtzieher offenbar einfach so gewähren lässt. Das nervt mittlerweile dermaßen. Am meisten nervt dabei, dass Instagram hier gefühlt nichts unternimmt, schreibt eine Nutzerin in den Kommentaren. Wenn man das meldet, bekommt man nach Monaten die Antwort, dass solche Leute nicht gegen die Richtlinien verstoßen, moniert eine andere.